Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Planety, dem Game of Fun Channel. Heute nicht mit einem WoW Gold Guide, wie sonst immer, sondern mit einem Garnisons Guide bzw. Item, was wir gerade bekommen haben. Und zwar heute zu Tage nicht mehr wegzudenken. Wie ihr alle wisst, ein Selfie. Sich selber fotografieren. Auch in WoW möglich, wie man jetzt hier sehen kann. Grins, Grins, selbst während des Laufens kein Problem. Und das tolle ist noch, die Bilder, die ihr macht mit dem Selfie, der Selfie Kamera, werden gespeichert, wo sie sonst immer mit der Taste Druck die Bilder speichert. Ich werde euch heimleuchten. Und jetzt machen wir mal ein Selfie mit Milhaus Mana Sturm. Wenn das geht. Ob das ein gutes Selfie wird, wir wissen es nicht. Aber versuchen wir mal. Milhaus Mana Sturm. Da sieht man, wer die Kamera in der Hand hat. Da sieht man, wer die Kamera in der Hand hat. Super, das Bild zeigen wir euch nachher. Also diese Selfie Kamera zu erhalten. Wenn ihr eine Garnison Mission erledigt habt, bekommt ihr diese Selfie Kamera. Es sieht so aus, als könnte man die Linse noch erweitern. Also kann sein, dass die Kamera noch erweitert werden kann. Das war nun mal ein kleines Spielzeug. Aber jetzt braucht ihr nicht mehr auf Drucken drücken. Drucken drücken, genau. Sondern einfach die Kamera nehmen und auf schießt ein Foto. Und das Bild ist im Aller gespeichert. Das war es schon wieder. Bis zum nächsten WoW-Guide oder Gold-Guide oder auch anderem Spiel. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.